Ich bin sehr zufrieden in der Zeit, als ich als Bundestrainer angefangen habe, zu arbeiten. Dass sie mehr machen, dass sie genau wissen, dass sie Nationalspieler sind. Früher am Tisch. Jawohl. Gut, gut, gut. Schau! Ihr habt über Wochen und Monate sehr viel dafür getan, dass ihr hier gut spielen könnt. Ihr habt das oft genug gesagt mit dieser starken deutschen Mannschaft. Und das sollten wir alle auch demonstrieren. Hier ist das deutsche Nationalteam. Rücken ist okay. Ja, du ziehst damals mal durch den Ball. Das ist okay. Ja, du kannst dich jeden Ausschau anklicken. Da steht ein Rücken, da hat er immer Angst vor dem Ball. Wir sind in Deutschland bei einer Teamwingen. Und wir spielen gegen China. Und ich frage Sie, wann soll das klappen mit dem Sieg, wenn nicht heute? Das sind geringe Chancen, aber die Möglichkeit ist da. Ihr müsst dran glauben. Ich frage Sie. Ich frage Sie. Ich frage Sie. Frisch geklebt hier. Frisch geklebt, ja. Da unten muss sie gegen schießen. Ich frage Sie. Ich frage Sie. Ich frage Sie. Ich frage Sie.